Hey Leute! Willkommen zu einem zweiten Video. Ich habe ja gestern noch schon gesagt, ich mache eine Sendenpause, aber heute kam ein Update. Ich hatte heute drei Stunden, war auf jeden Fall ganz schön nice und es kam auch heute ein Update. Die neue Arena 9 ist die Dschungel-Arena. Dazu gibt es die vier Karten und die Karte, die ich gestern vergessen hatte, das war so ein Holzstamm. Der fliegt so zum Tower und da kommen dann so zwei Baban raus. Ja, auf jeden Fall, das Update ist auf jeden Fall ganz schön krass. Ich habe mir jetzt nicht alles so genau angeguckt, aber es gibt sehr viele Veränderungen, also wirklich sehr viel. Und wenn man jetzt einen Chest opening, wird da unten dann auch später nochmal die Truppen gezeigt, die man gezogen hat. Das ist auf jeden Fall richtig nice und ja, vielleicht wird heute noch ein Video kommen. Ich werde mir das gleich nochmal genauer angucken und ob da jetzt noch was Neues ist, ob nur Tests und ja, da werde ich euch vielleicht später, wenn da dann nochmal was Neues ist, auch nochmal informieren. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall bei einem Update muss man jetzt auf das Profil gehen und dann sind da so die Nachrichten vom Clan. Es wurde ja auch released, dass eine Clan-Chest kommt. Die war jetzt bei mir jetzt noch nicht vorhanden. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man die später bekommt, wenn man einen Testfight gewonnen hat oder so. Keine Ahnung Leute, ich habe mir, das ist ja auch erst eben gerade, glaube ich, erst rausgekommen, um 11 Uhr wahrscheinlich. Jetzt rot grob geschätzt, ich weiß es nicht genau, aber um 8 Uhr war es auf jeden Fall noch nicht da. Das heißt, ja, irgendwie so im Dreh, ist gerade auf jeden Fall 12, 12 Uhr 10, nehme ich das jetzt hier auf und ja, ich hoffe, ja, ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen weiter geholfen. Nein, Scherz Leute, ähm, die Chests, also an sich, sehen jetzt auch ein bisschen anders aus. Ich hatte eine Silbertruhe, die konnte ich opening, da war der Hintergrund irgendwie gold, nicht mehr so gelb, sondern mehr so goldig. Ja, das gab, also es gibt auch jetzt, äh, noch so, kaum, es gab auf jeden Fall noch ein paar neue Dinge. Ich habe mir das jetzt einfach eben nur schnell guckt, äh, angeguckt und, ja, wie schon gesagt, es wird vielleicht noch ein Video heute kommen. Das war jetzt nur so ein kleiner Spot, äh, ein kleiner Vlog, kann man schon sagen, ähm, ja, ich werde es auf jeden Fall Vlog 1 erstmal nennen und das zweite wäre ich dann Vlog 2 vielleicht nennen. Ja, auf jeden Fall, bis dann, neunzehn, ciao und gg und ciao Leute, ich hoffe, dass, lasst euch auf jeden Fall nochmal einen Like da, wenn euch diese kleine Info, äh, geholfen hat. Und, und, ihr könnt auch ein Abo da lassen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall, bis dann Leute und ciao. Brrrrraaah.